Hallo und herzlich willkommen zurück bei Wathander. Schaut mal, was man spielt, um Gottes Willen. Fußball-Golf, äh Panzergolf. Wo ist denn der Ball? Ich sehe den Ball nicht mehr. Ich hab einen Ball, ich hab einen Ball. Ah, schießt euch, schießt euch. Ja, ich hab einen, ich muss ihn nachladen. Nicht alle, auch vor mich. Nein, da schießt ihr mich um. Warum fahre ich rückwärts? Ach so, weil... Schießt ihr? Alle ins Tor. Und da kann man ja nicht drauf schießen. Auf den Ball nicht. Ich meine, da schießt man auf den Ball nicht. Freude, Freude. Willkommen bei Fahnen zu Fußball. Wow. Geht zu mit Flak. Wow, Socker. Den erwisch ich noch, den erwisch ich noch. Weg damit. Schießt noch für ihn. Ich bleibe mal hinten. Ach so, meine Fahne ist nicht ausgerichtet an den Turm. Ah, du musst springen, du musst springen. Wo ist er denn? Da ist er. Rocket Leech hat das, meine ich, das andere geheißen. Wo ist der Ball? Auf mir. Der Ball ist auf mir. Jetzt sind sie ja geil. Jetzt halt, jetzt halt. Jetzt halt, jetzt halt. Ah, halt. Ich hab mich nicht so da gedrängelt. Wie? Jetzt einer. Schießt sich einer. Ich warte, ich warte, ich warte. Nimm da durch, ich hab ihn sicher. Alter. Der bewegt sich ja gar nicht, wenn man draufschießt, der blöde Ballen. Irgendwie... Der muss in einer gewissen Nähe sein. Ach so. Ich hab's noch nicht genau rausgefunden, wie es jetzt richtig geht. Ich glaub, dass das bloß einen Turbo-Boost gibt, wenn du knapp davor bist. Boah. Hinterher, hinterher. Oh. Scheiße. Der hat mich weggeschießen. Ja. Der hat mich angespult. Jetzt, 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 jetzt. Ist das schon unser Tor? Wo wir hin müssen. Ja. Scheiße. Scheiße. Der ist ganz hinten. Wollt rein. Parkt rein. Spielführer. Wow. Geil. Wir werden's. Wir werden's. Geil. Wir werden's. Geil. Wir werden's. Wir werden's. Wir werden's. Geil. Wenn du beim Fußball zuschaust. Oh, leh auf den Ball. Bloß, dass die wütenden Väter am Rand abgehen. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Ich seh'n nicht. In der Eckenung. Das hat vorhin Kleiht gerade was umgeinander. Auf einem Pressball. Schatz. Ich bin's. Wow. Ah, okay. Spiel der Vierer. Spiel der Vierer. Ja. Wenn ich sein Kiel sehe. ja in der richtung du kannst dich selber beschleunigen mit der kanon ist das noch hinten um für die pf jaja ja 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 dieser hundländer Oh, 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 oh! Oh, Pressball! Nein! Das war Latte, das war Latte! Führer, Führer! Leg den anderen ab! Das ist ja Rugby und schnappt Fußball! Boah, das wird so voll hinterher von! Gib Gummi! Gib Kette! Ja, ja, ja! Ich krieg den! Ich krieg den! Nimm den! Nimm den du, Jonas! Wo ist er denn jetzt? Wie kriegt ihr den da so schnell hindrehen? Nein! 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 Das ist noch knapp! Das bringt gar nichts, wenn du das Ding anschießt! Ich spring auch mit drauf! Ja, ja, ja! Das ist geil! Ja! Ich hab den Trick da nicht so hundertprozentig rausgefunden! Das schießen bringt gar nichts! Oh, der ist schön, der ist schön, der ist schön! Du kannst dich selber beschleunigen! Das heißt, du musst nicht direkt auf den Ball, sondern vor dir auf den Boden schießen anscheinend! Halt's nicht! Halt's nicht! Es gibt einen Elfmeter, das war doch ein Foul! Der hat mit der Kanone geschossen! Oh! Ja! Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Da ist er! Ja! Ja! Ich komm! Ich komm! Ich komm! Ich komm! Ja! Halbzeit! Einen Ball! Oder war es genau Zeit aus, oder was? Nein! Nein! Wir haben halt schon ein Tor geschossen, oder? Ja! Er hat es auch gesagt! Nein! 0-0! Ja! Toll! War genau Zeit aus! Ich hab Anstoß! Okay! Fallst du gleich her! Ich schub's dir ein bisschen 4 und du schießt einen 4! Okay! Jetzt tun wir das best! Benutze links um den Ball zu schlagen und leer um fliegende Bälle zu fangen! Ah! Fliegende Bälle! Ja! Du springst halt einfach! Ja! Es ist genau wie dieses Rocket League! Da gab es auch einen Turbo und da konntest du dich mehr... Oh! Holt er da! Und hauen auf 4! Sehr gut! Sehr gut! Sehr gut! Guck mal! Passt! Passt! Ja! 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 Ja, Mann! Haha! Geil! Ich kann ihn auf den Tisch essen! Also du musst irgendwie so ein bisschen vor dem Ball auf den Boden schießen, damit es deinem Panzer... So, jetzt müssen wir bestimmt das gleiche vor! Garantiert! Zwei nach links auf den CLGN! Ich bleib hinter dem Tor! In die Schlacht! Auf geht's! Was ist denn los? Ja, wir warten auf den Spieler! Jetzt! Ja, der Linke oder Kammalist oder... Und ich gehe direkt auf den Hagrid! Jetzt geht auf die großen Haarigen! Sechste haben sie auch probiert, aber nicht so gut wie mir! Ja! und wir gehen... Ja! Ja! Nimm's! 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 Ich bin aus dem Gefecht geraten! Ja! No! Pfosten! Pfosten! Das Team driftet immer ganz schlimm, die Kurven. Der liegt auf dem Kopf, das guckt nicht. Oh, jetzt drüber gekupft. Der ist noch weg. Scheiße, jetzt springe ich jetzt. Weil es klärt aus dem Druckdruck. Scheiße, 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 Scheiße. Nein, 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 nein. Nein. Ruhren wir das noch mal wie vorhin. Das hat recht gut funktioniert. Jetzt machst du einen kleinen Anstoß und auf den Versuch hineinzuschießen. Warten aufs Spiel. Die anderen werden anscheinend nur zusammengewürfelt. Ja, wir haben das Glück, dass wir nur eine komplette Staffel sind. Nein, 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 nein. Hau rein, hau rein. Ist daneben. Faul, das war eindeutig faul. Ich hab' mir auch gefoult. Hol' den Matrix-Man, hol' den. In die falsche Richtung. Der war gut. Wo ist er denn, wo ist er denn? Da hinten ist er. Der muss wieder manövrieren. Der war aufschießen, Führer. Nein, nein, nein. Ich hab' die andere. Da ist er. Der war super. Ja, der war super. Scheiße. Da hat er gekontert. Ja, jetzt juckt die Nosen auch noch. Oh, was ist er denn? Kein Zeit zum Kratzen. Da ist er. Da ist er. Vor mir. Ah, nee. Ich hab's aufgehalten. Zwei. Halt's neuch. Führer damit. Führer damit. Führer damit. Ja, ja, ja. Führer, Führer, Führer. Ah. Nimm mir den Wicht. Jawohl. Ah. Ja. Ja. Ah. Boah. Scheiße. Wie süßig. Der war zu weit. Die Ecke war zu weit. Meie, 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 meie. Scheiße, 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 scheiße. Boah. Der war gut. Ich schieß noch hoch. Doch nicht. Pressballen. Sehr gut, sehr gut. Ah, nicht so rutschen, du blöde Karre. Schieß, schieß. Ah. So hoch kann ich den hüpfen. Du hast keinen Däfters aus dem Event. Wo, wo, wo. Scheiße, der kommt gut, der kommt gut. Ah, toll. Du hast daneben geschossen. Die anderen auch. Voll gegen eine Kante geflogen. Das ist sehr hilfreich. No, nochmal. Nein. Hauptsache, wir haben uns unentschieden. Siegwärts war bestimmt besser. Der war gut. Wo landet er. Vor mir. Gehr. Geh, Wolf, komm! Ich schieb den weg und du fährst wieder. Matrix-Man! Ja! Ja, Mann, jetzt! Rektor, ich komm mit, dick! Ja! Ja, 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 ja! Nein! Fuck! Ah, shit! Die Idee war gut! Ja, scheiß Tamming von mir, entschuldige. Scheiße, scheiße! Ah, ist schon wieder jemand da. Das läuft der Hohen entschieden aus. Ja, hoffen wir es. Die letzte Chance! Drei, zwei, eins. Das ist meine. Längerung! Ist das aufregend, was sagt das Leit? Ja. Das packt sich schon. Das ist ein geiler Mutti. Wir sollten das Heftas mal so was haben. Die Leute draußen an den Empfangsgeräten jubeln und schreien. Ich kann mir vorstellen, dass das immer wieder mal scharfschalten wird. Ich bleib gleich wieder im Teuren. Ich fahr grad aus wie die und schau da in der Wisch. Hä? Was? Was ist das? Sorry. Sorry, das war ich. Den hab ich gescheit viel gepresst. Halt's nein! Ich lieg aufm Kopf. Jetzt hat mich der weggesprengt, der Seckel. Scheiße. Der war gut. Den hat er gut gemacht. Jetzt muss man ihn lassen. Ah, ich hab ihn nicht getroffen. Bei was haben wir uns die eigentliche MG um aufgepackt, wenn es keinen Sinn hat? Sorry. Ja, weil es Panzer sind. Ohne MG bist du einfach entschleppt. Wo ist er denn? Ah, da ist er. Robin, auf der rechten Seite. Ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn. Ich krieg ihn, ich krieg ihn. Ah, ah, ah. Da nimmer. Scheiße, Scheiße, Scheiße! Fotzen nicht aus von sich selber, nein. Ah, 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 ah. Nein! Boah, gut abgewehrt. Gut abgewehrt. Sau, Bandi. Scheiße, ey, sind spätgekommen. Wie lange wird das verlängert? Bis es 11 Uhr gibt, oder was? Der Gabriel fährt mal keinem, wo der Bein ist. Hahaha. Ihr habt's auch. Genau da. Da ist er. Ah, da. Ah, Gott sei Dank. Ah, halt. Weg. Weg, komm hier. Das wird jetzt auch nie wieder Arschluss. Verlängerung. Das wird ein Endlusspiel für dich. Ich hab gestern ein Spiel gehabt, das ist echt bis 3-2 gegangen. Nein. Ja, aber die Zeiten sind halt jetzt verdammt kurz. Ja, die werden aber kürzer. Du meinst, dass die Sonne auch ein Gang ist? Zwei davon, oder? Golden Goal. Hopp! Und, und, und! Matrix Man! Ah! Ich muss mich reinpendeln. Ich bin über eine Bande rausgefahren. Was tut sich, Uli, da hinten? Ich hab jetzt vorher nie geretscht. Hahaha. Hahaha. Oh nein! Nein, der Wulff! Nein! Nein! Ah! Ich hör die anderen jubeln. Ich hör sie jubeln. Ich glaub, die sind Nachbarn. Hahaha. Scheiße. Na, das ist mit dem Springer. Ja. Ich probier's. Deine Chance. Deine Chance. Boah! Oh, der hat schon gewusst, was jetzt kommt. Der hat das gut gemacht. Das ist ja auch. Punkt. Das war nicht schlecht. Wir müssen mehr über Bande spielen. Ja! Hol dann! Geh, Wulff! Hol dann! Geh! Mitratz! Geh damit! Ne. Glaubst du's? Ist echt schwer zum Scherzen. Warum ist denn die 2 Dräufe? Ich seh! So schnell vorbei? Das war doch jetzt keine 1,5 Minuten. Naaah! Eigentlich ein Platz im Team. Achso. Knapp! Knapp war ein Tor. Eines verschuldet. Eigentlich gar gar nicht so gut, wie wenn man auf realistisch spielt. Ja genau, realistisch. Wo es dann Meter pro Stunde fasst. Ich bin gleich wieder bereit. Realistisch war jetzt da, wenn du den Boy nicht siehst. Da gibt's keine Kohle dafür. Was gibt's denn da dafür? Nix. Vielleicht schaffen wir noch 2. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Warum hab ich so einen blauen Rand um meinen? Charakter. Fuck! Tch 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 tsch tch. Ich muss grad aussitzen. Ich muss grad aussitzen. Ich muss grad aussitzen. Ich muss grad aussitzen. Kannst nicht aussitzen. Bist der Teamleader. your team leader. dass ich es schon vorzeitig gespritzt habe was für ekelige klebrige suppe ja was meinst du das mangel es pickt du weißt doch sowas macht man mit vorwarnung matrix man stausau nach der scheiße jetzt haben wir das mal rot ja die farbe spielt keine rolle muss ich überhaupt hier ja zu mir her so stimmt ja wir machen uns ein bisschen umständlich jetzt warum haben wir jetzt auch jetzt wo er picket die das sehr gut matrix man hinein Tee, da habe ich ihn nicht erwischt. Nein! Führ dich mit dem Mumpel! Jetzt! Du musst schießen, dass du ein bisschen schneller fährst. Nein, jetzt ist er blind! Nein! Nein! Ich habe den anderen abgelenkt. Halt ihn nicht! Oh Mann! Oh. Ja. Ja, ja, ja! Ja, ja, ja! Ich greife ihn an. Du sollst es bloß heute irgendwann reinigen, weil, wie du sagst, wenn das klebt, ist es nicht so optimal. Nein, und das ist überall neu gekommen. Nein, du brauchst eher neu. Aber Tastatur kannst du reinigen. Das ist ja neu! Ja, dann war es nicht gescheit, wenn es das nicht raushalt. Ach Gott. Sind die zu noch zu zweit? War eh schon ein Staub drauf. Ja, nein, da war nicht zu größer. Ah, warum ist der nicht gegangen? Wie ist denn der jetzt da so schnell hinten gekommen? Da geht ein Vieri, da geht ein Vieri! Halt, da ist er eh ohne. Ich stehe verkehrt drum, deswegen falle ich in die falsche Richtung. Ich häng fest. Was soll denn das jetzt? Wo ist er denn jetzt? Ah, da ist er. Oh, scheiße. Ich bin daneben geschossen. er war stylisch jetzt ich die konfrontation kopf also nicht drückt dieser und nein ich bin jetzt bringe drüber nein nein sind wir wieder im gleichen dilemma haben wir noch zeit sagst du in deinem jugendlichen leuchten wissen was man vorhaben der firma ist ein neuer das sind neue leute und das und das sind die sind zu dritt die was den control oder links amante sind das xbox spieler oder playstation die spieler mit controller ich weiß nicht ob die pc auch mit kontrolle bist du soweit gewalt ja ich warte bis sie vor du schon mal in meine richtung die kämen aber ja dann da und jetzt zack und geil oma ich hab gesagt immer so ein bisschen warten muss der schnee kommen sonst funzt ist ich baue einen fünf tore vorsprung auf ja 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 dann braucht man bloß noch vier vorsprung ja dann ist es sofort aus wahrscheinlich oder der beilt schon in kopfi fahren ja die haben ja das ist der nachteil weil die wahrscheinlich nicht in einem headset also in einem gesprächskanal bei uns sind wir schon zufällig da haben wir das andere auch verloren ja aber knapp auf das letzte jetzt sind sie nur zu zweit das sind bloß noch zu zweit ja wo ist denn der rest das ist jetzt aber peinlich wenn wir verlieren verschreibe es noch so hält sie euch hält sie euch waren habe ich umgelegt den anderen heute auf das der der ist drin der ist drin doch der ist drin ja Er wird reingehen. Uldra hat es gezeigt. Der Torjäger. Wir werden bloß zu zweit, das ist unfair. Ja, da können wir mal gewinnen. Da stellen sie zweimal ins Tor rein. Jetzt sind es wieder mehr. Recht sagt wer. Drei. Drei gegen vier. Das ist ja schon fast fair. Wir sind vollzählig. Ja, super. Was ist denn jetzt? Jetzt ist sie nicht einig. Sehr gut, sehr gut, Matrix. Wow, 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 wow. Wo ist denn der Libro wieder gewesen? Ja, Libro halt. Ja, der hat fahren zu sein, wenn hinten nichts los ist. Der Libro muss ... Ich war auf der Mittellinie, gell? Ich habe nicht ... Du hast mich abgelenkt. War nicht. Doch. Nein. Wie wächst du noch aufgehört zum Lenken? Ja, aber du bist ja nicht draufgefahren jetzt. Du hast mich voll umgeschubst. Ich habe dich auch nicht umgeschubst. Du hast mich ja wieder als Beweis. Auf dem Video ist nicht zum sagen, dass du auf den Pugel liegst. Dann habe ich dich umgeschubst. Auf den Pugel bin ich nicht gelingen, aber du hast mich auch nicht umgeschubst. Nein. Niemals. Doch. Du hast schon gesehen. Nein, der Schiri hat nicht pfiffen. Warum brennt das da? Simulant. Bist du ein Italiener, oder? Nein, der ist Französ. Das weißt du doch. Wo ist denn der Wunderer? Da. Geht's noch weiter? Ja. Halbzeit. So. Ups. Warum brennt's denn jetzt da? Dürfen wir da nicht reinfahren. Bist du liegen an der Seite? Da wo's fallen brennt hat. Wo ist denn der Ball nicht gefallen? Das ist doch voll. In die Mitte. Ja. Ups. Ups. Sauber. Glaub jetzt hat jeder von uns einmal da geschossen, oder? Ich noch nicht. Was? Ja, in der letzten Runde habe ich da geschossen. In der letzten Runde, ja. Was ist es da mit was? Was hast du gesagt, da wo's brennt? Da hat sie vorhin der Ball gefangen. Ah. Es ist anscheinend so eine Art Stopper, oder so. Ah. Interessant. Das heißt, die anderen cheaten. Richtig. Seid ihr alle da? Nein. Nein. Warum denn schon wieder? Ja, weil ich meine Tastatur gerade trockne. Ach. Scheiße, auf der Tastatur. Geht da um die WM. Ja, da scheiße ich jetzt nicht drauf. Das kann mich ich da nicht kaufen. Stimmt doch. Geht da um die WM. Halt. Ah. Zwei Geschwindigkeiten. Ansofern beim Tor bei einer schon. Okay, jetzt rutsch mal das Rutschen rauf. Wow. Geht der Ball auf mich zu. Ja. Weil du wieder gerutscht hast. Daneben. Daneben. Jetzt kommt doch bitte. Ich fahr schon. Ich geh jetzt rüber. Tue 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 Tue. Ja. Jawohl. Scheinbar für die zwei. Ich hab ihn! Ich hab ihn! Ich hab ihn! Seid mir nicht mit, deiner! Oh ja, er gibt dich da auf Eisern. Schon jetzt hat immer jeder dürfen. Juhu! Missionszielerei. Jetzt hat's uns rüssen. Jetzt hat's uns rüssen. Entschuldigung. Jetzt hast du schon zu Hilfen gekriegt. Geil. Wenn du die Vorlage machst. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Mit demselben Spiel. Das ist mal ein bisschen mehr Action. Servus. Ciao.